suchst du nach einer günstigen rückfahrkamera bei aldi gibt es ab montag dem 13 6 2022 eine nummernschild solar rückfahrkamera relativ günstig im angebot und die lässt sich auch super leicht installieren und das ganze gibt es in den aktionsangeboten ich habe ein video gemacht über alle aktionsangebote aber ich dachte ich mache noch mal kurz ein video speziell nur für diese solar rückfahrkamera von aldi nord damit du dann alle informationen hast wenn dich die anderen angebote auch interessieren dann kannst du ja die anderen videos noch schauen ich werde die links unten in der video beschreibung einfügen und vielleicht auch in den kommentaren dann kannst du dir das noch mal genau anschauen und falls du die rückfahrkamera am montag nicht bekommst ja vielleicht kann ich dann da auch irgendwie links einfügen wo du dann sowas sonst noch kaufen kannst also schauen wir uns das mal an also hier das ist die seite wie gesagt ab montag dem 13 6 und natürlich nur solange der vorrat reicht also solltest du vielleicht früh montags hingehen und das ganze kostet 89 99 und hier so schaut das aus also hier hat man die nummernschild halterung hier links und rechts gibt es glaube ich solarzellen und hier ist glaube ich das ganze teil drin also hier ist glaube ich die kamera in der mitte und hier ja das ist dann halt im fahrerraum und da kann man dann sehen was dann ja sich dahin abspielt gehen wir mal hier die sachen durch mit nummernschild halter und cockpit monitor einfache installation ganz ohne bohren funktionsweite der kamera circa 17 meter also sollte für die meisten autos und sogar camper ausreichen 4,3 zoll monitor inklusive halterung ladekabel kfz adapter mit usb anschluss und montage zubehör und ich habe mal kurz geschaut also bei youtube gibt es auch schon diverse videos auf deutsch wie man so ein teil installiert vielleicht nicht genau dieses modell aber durchaus wie man so nummernschild rückfahrkameras installieren kann also da brauchst du dann keine gedanken machen oder kannst dir sofort anschauen wie man sowas installiert und kannst dich dann entscheiden ob du das dann probieren möchtest also hier nochmal die ganzen punkte funktionsweite 17 meter einfache installation ohne bohren und ohne das verlegen von kabeln kabellose verbindung zwischen kamera und monitor erfolgt störungsfrei über 2,4 gigahertz dann rückfahrkamera mit akku der sich über ein solarpanel von selbst auflädt geringer energieverbrauch ermöglicht nutzung der kamera ausschließlich mit solarenergie auch bei nur schwacher sonneneinstrahlung bildausgabe über großen 4,3 zoll monitor anschluss des monitors über zigarettenanzünder automatische bildaufhellung bei dunkelheit klingt gut lieferung umfang nummernschild halter mit kamera akku und solar panel den monitor kfz adapter mit usb ladeanschluss für monitor einmal saugnapf halter einmal ständer einmal belüftung schlitz halterung also egal wie das anbringen möchtest bist du hier gut beraten nummernschild befestigungs material gibt es auch also insgesamt ein top angebot für 89,99 bekommst du dann halt hier eine super rückfahrkamera die sich auch super leicht installieren lässt du musst keine kabel verlegen kein wissen haben wie du dein auto verkabelt hast oder so einfach ja das den nummernschild halter halt austauschen mit dem mit der kamera und dann ja einfach den monitor irgendwie im innenraum anschließen und dann sollte das ganze funktionieren also super schnell ruck zuck also ich glaube so günstig gibt es rückfahrkameras sonst nicht aber vielleicht kannst du einen kommentar hinterlassen was du davon hältst ob das gut ist ob das nicht gut ist oder vielleicht hast du erfahrungen mit sowas ich würde mich auch über ein mag ich daumen hoch freuen du kannst auch gern das video teilen oder wenn du über weitere all die angebote informiert werden möchtest den kanal abonnieren dann viel spaß mit deiner rückfahrkamera oder ich weiß nicht ob du die jetzt kaufst oder nicht vielleicht kannst du auch da einen kommentar hinterlassen ja was die für und wieder dafür sind